Hallo meine Freunde, ich tourne jetzt gerade wieder an hier auf dem Kopf bzw. auf dem Dach rum vom Hafen im Waldporzheim, Containerhafen von Wilhelm Hartmann, Azubi Wilhelm. Ja, wollte eigentlich die Pfützen hier bereinigen, weil in einigen Containern tropft immer noch Wasser rein und da dachten wir eigentlich, es steht hier noch Wasser drauf, aber oberflächlich ist nichts mehr zu sehen, also ist das leider in der Isolierung schon eingezogen. Und okay, da müssen sich die Leute noch ein bisschen gedulden und hierhin doch ein paar Mal wischen. Kann ich nichts dran ändern, aber ich habe jetzt einige Container abgekrabbelt hier, aber das ist nun mal hoffentlich hoch, auf allen Vieren. Aber ihr seht, die sind geknickt und da stand das Wasserdicke drin und ist in die Isolierung gezogen. Okay, mehr kann ich euch dazu nicht sagen, da hinten ist das Baustoffzert, hinter mir dieses braun gestreifte Zebra und so weiter und so fort. Bis dann, ciao.